Die Katalog Nr. 38 betritt die Bahn Casanova. Soon it's come together, Kasdorf-Katalani-Champ of Class. Fünf Jahre jung, aus der Zucht von Rolf Gerstenbauer aus Bölsleben. Schonend ausgebildet, vor kurzem dann sein erster öffentlicher Auftritt. Dort auch gleich in einer Aufbauprüfung gut platziert. Ganz feines Pferd mit unheimlich viel Einstellung. Schönen Ohrenspiel, perfekten Reiteigenschaften. Die, wie wir finden, auch gemacht sind für den gehobenen Huntersport. Sehen wir ihn jetzt bei den ersten lösenden Aufgaben, hervorragenden Interieurwerten. Wechselsicher. Ganz viel Takt. Unheimlich viel Balance schon in seinem Körper. Mit come together, das Blut des Konrad Obolensky-Kalido mit sich führend. Und über Kasdorf dann noch einmal mehr. Das Jahrhundertblut des Casal-Contender. Das Jahrhundertblut des Konrad Obolensky-Kalido-Kalido-Kalido-Kalido-Kalido. Perfekt, wie er das Ganze hier umsetzt. Casanova, sehen wir ihn jetzt gleich noch einmal am Ochsa. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. havoc. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020